Hallöchen hier, deine alle vier und willkommen zurück bei Return to Moria im allwöchentlichen Mittwochse-Koop-Stream mit immer noch dem lieben Erik. Ich grüße dich. Hallöchen. Wo wir jetzt weiter den Pilgerweg beschreiten wollen und müssen auch irgendwie, um da weiter zu kommen. Und nebenher würde ich sagen, nehme ich noch ein paar Steine mit. Haben wir noch ein wenig Zeug für eine Truhe. Nehme ich noch Sachen mit. Eine prachtvolle Truhe können wir uns bauen. Guck mal. Ich baller die mal hier zu dem Schatz. Ich habe noch einen Goldbarren im Inventar. Ich weiß nicht, wo ich den hinzuhören soll. Sehr schnell können wir hier auch nochmal alles reinmüllen. Das hier brauchen wir da doch nicht. Ich lege da mal eine Kiste ab. So. Was war das? Ich weiß nicht. Irgendwas sind in der Nähe. Irgendwelche Orkse sind in der Nähe. Das kann ja wie Gollum, aber Gollum ist doch tot. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo du spielst. So. Gut. Dann gehen wir zurück in die Niedertiefen. Nieder in die Tiefen. Ja, ja. Gehen wir hin nochmal. Wie ist da weiter geht's? Die großen Entwässerungspumpen. Genau. Let's go. Direkt eine Motte am Start, weißt du? Monsters sind hier. Ich bin noch nicht mal gespawnt. Ich brauche eine bessere Weapon für das. In den nächsten Spielen bin ich da raus. Oh, da kommt noch eine. Da sind zwei Motten. Ja, eben war nur eine. Die andere hängt da irgendwie fest, wa? Ja, genau jetzt, wo ich schießen will, geht die weg. Moodle. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder hier durch den Gang durch. Und. Ich hab Shit hinauf gesammelt. So. Ja, dir stürzt gerade die Höhle ein. Ja, alles stürzt her. Sollen wir dann jetzt mal diesen großen Gang doch entlang gehen? Oder sollen wir hier drüben nochmal nach diesen Statuen gucken? Da sind so viele Wege. Lass uns mal den großen Gang. Machen wir den großen Gang, okay. Den großen Gang. Den großen Gang ist. Ich hab vergessen, Steine gezogen. Du hast keine Ausmaß. Du kriegst ja hier Steine raus. Ja, aber ich wollte eigentlich welche mitnehmen für Statuen. Ja, aber dann. Doppelt. Ja, aber dann hätten wir schon mal welche. Ach, wegs doch am Arsch. Taschen. Da sind wieder zwei Wege. Einer links, einer geradeaus. Aber da oben ist irgendwie so eine Plattform. Da sieht man so ein Geländer. Und Salz. Bergen. Okay, ich hol jetzt mal die Erde hier noch weg. Ich hab jetzt 20. Das heißt, für eine Statue erreicht ist. Wir sind jetzt Zwerge. Die Goblins. Oh Gott. Da sind keine Zwerge. Wir sind die Zwerge. Ich glaube, wir... What is it? What is it? What is it? What is it? Von Godzilla. Wieso... Ich umstelle mich alle. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Wofi. Dann was platt. Ähm, was ist das hinter uns? Das sind noch mehr. Boah, Alter, das sind viele. Ja, ich kann meine Schläge gar nicht mehr aufladen, ne? Du kannst... Bei so vielen... Mit ihren blöden... Giftstäben... Einfach nur noch draufhauen. Bin ich froh, dass die Pfeile nicht giftig sind, ne? Das ist all you've got. Ich bin's vergiftet. Beißt du? Und mir macht die Rüstung schon im Wald nicht mehr mit. Wir brauchen echt eine bessere Rüstung. Wir brauchen echt so viel besseres Zeug. Wir sollten vielleicht dann... Erst mal diese Barren herstellen und gucken, was wir mit den Barren machen können. Jetzt haben sie mir die Rüstung zerklopft. Nur weil ich ständig auf Blocken gehe. Was cool ist, du kannst hingehen und kannst, ähm, diese Orks so positionieren, dass sie sich gegenseitig abschießen. Geolid. Oh, hier ist eine Kiste. Ein Buch. Okay. Habe ich jetzt einen Weg entdeckt hier? Schön, wo ist das Platz? Oh, boy. Schattenfluch, Verzweiflung, ich habe ja alles auf einmal. Sing bei mir mit. Dann geht's ein bisschen weg. Versuch in den Ghoul, den Po, Tommy und Aleph. Ja, das machen wir. Die legen wir auf unser Knie-Doo und dann... Dann heißt es, dieses Jahr gibt's kein Weihnachtsgeschenk. Du warst unartig. Und für alle Halo-Mitgucker für Paul. Das war unser Marine. Das war unser Marine als Feuerwehrmann und ich Halo gespielt haben. In dem einen Teil kannst du Marines ansprechen und die sind dann quasi deine Begleiter und normalerweise sind die saudumm, aber einer hieß Paul und der hat sich richtig gut angestellt und der ist dann leider gestorben. Und seitdem schreien wir immer, wenn wir Halo spielen, für Paul. Ganz egal, ob der Master Chief kämpft oder jemand anderes. Wir kämpfen immer nur noch für Paul. Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Was, du hast die Waldläufer-Sachen? Ja, null von sechs Tagebuchseiten. Hast du da welche gefunden? Du hast doch welche, oder? Ich hab welche abgelegt. Daheim. Wieso? Wieso hätte ich denn wissen sollen, dass du sie hier brauchst? Hier gibt's weiße Bodensamen. Hier gibt's Fenchelsamen, Giftpilze. Alter, guck mal. Alchemist ist der Distillierapparat geil. Ja, ich geh kurz nach Hause und geh sie holen. Bleib du mal hier. Oder markierst du mir irgendwie auf der Map oder sowas? Siehst du das auch, wenn ich's markier? Ja, ne? Ich hoff doch. Kann man da eine Markierung setzen? Wie ging das nochmal? Markierungen? Ging das nicht? Stand doch markieren. Exakt doch. Okay, cool. Let's go. Ich mach da mal hier so ein Ding hin. Mach das. Ja, hab ich gemacht. Ich hab keine Ahnung, wo wir hergekommen sind. Ja, von hier, oder? Ja. So, wir haben hier eine Feuerstelle. Mal restauriert's. Sehr schön. Ah, das ist doch gut. Wir haben hier Stoffreste. Och, nee. Jetzt hab ich das wieder, oder was? Na, Gott sei Dank. Kannst du sagen, so weit bin ich von dir gar nicht weg. Kannst du auch noch... Ich hab immer Portale, wo ich durchlaufen muss. Bei mir sind manchmal diese Zwischengänge, die wir aufklopfen, Wände. Und dann muss ich dagegen laufen, dann ist es wieder so ein Ladebildschirm für mich. Und du kannst einfach durchmarschieren. Bei dir ist es nicht. So, also wir brauchen wie viele Tagebuchseiten? Sechs. Ja. Also fünf noch. Ich hab schon eins reingelegt. Gott sei Dank. Ich hab ganz genau... Warte mal, was? Das hier sind zwei. Und das hier sind drei. Das ist doch praktisch. So. Also ganz genau für fünf. Oh, ich hab mir Bettzeugband. Repariert das ja mega gut. Okay, schön. Dann kriegen wir Aragon freigeschaltet. Oder Boromir. Oder... Nee, nicht Boromir. Aber Faramir. Faramir ist der größere Held. Hast du noch... Er kommt mit Eowind zusammen und die kann ich kochen. So. Also, gut entscheidend getroffen. Faramir war sowieso der unbeliebte Sohn. Fünf Seiten. Ich hab ganz genau fünf jetzt bei mir. Okay, cool. Die Frage ist, wie komm ich ohne durch den Nebel zu müssen zu dir hoch? Ich bin ein kleiner Zwerg. Ah, ich bin da. Mir ist direkt mal Schatten, ne? Durch die Wand gegraben, bam, Schatten. Bettzeug, habt ihr ansprochen. Jetzt ist es meins. Oh Gott, ich sterb gleich. Aber jetzt brauchen wir noch drei Tagebuchseiten. Ja, ich hab die drei doch. Hier, ich leg sie dir mal hin. Ich kann sie nämlich nicht reinmachen. Vielleicht kannst du. Nee. Warum nicht? Weil... Ich weiß es nicht. Bisschen blöd. Ich sterb aber gleich. Willst du mal kurz ins Bett? Ist bereits beansprucht. Aber mir geht es schon wieder gut. Ich bin einmal ins Feuer gelaufen und dann ging das. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier... Ähm... Genug... Sachen habe. Ist das verbuggt jetzt? Oder wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Ich brauche noch vier Stoffreste. Oh Gott. Oh, oh, oh. Das ist meins. Eine Garins Musnackenstatue. Da habe ich vier davon. Jetzt brauche ich mal den Schrein dafür, um das da zu platzieren. Ich habe im alten, im ersten Lager auch noch eine Truhe geschmissen. Das heißt, wir hätten eigentlich fünf Stück. Das ist jetzt deine Truhe, wenn wir dich vollständig sind. Gut. Was ist das für Salz? Stoffreste. Ich kann mir auch ein Bett bauen. Sollen wir mal pennen gehen, kurz? Kann man machen. Ich habe nur nichts zu essen dabei danach. Also viel danach. Also ich habe noch... Oh, Alter. Jetzt kommen da Spinnen. Jetzt kommen da scheiß Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Oh Gott, ich hasse das. Und ich muss nicht entspannen. Alter. Diese Drecksarschloch spinnen. Warum kommen wir denn da jetzt spinnen? Oh. Fuck my life. Echt? Das ist nämlich dein scheiß Ernst. Okay, ich komme runter. Wir klopfen Spinnen. Das sind doch noch so giftige Dinger, oder was? Pass auf, da ist der Nebel. Mhm. So. So, ich brauche jetzt ein Bett. Beziehungsweise ein Bettzeug. Meine feine Herr hat es ja hier. Ich habe mir das Weitläuferlager genommen. Ganz schäbisch. So, okay. Gehen wir pennen. Let's go. Ausruhen. Holy moly. Und ich glaube, wir könnten hier auch noch so ein Reparaturding hinbauen, oder? Ja, bitte. Ist das Feuer? Wenn wir... Was brauchen wir? Reparaturstation und fünf Eisenbahnen. Eisenbahnen, Alter. Ich gebe dir mal die Hälfte, oder ein bisschen Kohl. Das ist super. Wie kann ich denn irgendwas hier halbieren? Weiß ich selber nicht. Ah, durch mehrfaches Klicken. So, hier hast du mal 20 Kohl. Krass. Ich kann schon mal so essen. Hast du dich jetzt extra weggestellt, um das zu essen? Wolltest du nicht in meiner Nähe das essen? Das ist wie im Pausenraum so. Ich setze mich extra an einen anderen Tisch. Pass auf das Nebel. Ah, Schattenfluch. Ich stand doch nur im Zwischengang. Ja, das ging mir auch so. Ich habe aufgekloppt und da war die Scheiße schon abbacken. Wie assi. Richtig assi. Okay, aber es ist okay. Soll ich nochmal da hoch? Ja, ich komme auch mit. Das können wir nochmal machen. Ich habe so das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter. Ne, irgendwie. Na doch, hier oben ging es doch noch. Ist das auch ein bisschen Gang? Da hinten leuchtet es doch. Äh. Bauen, grob. Steinboden? Ne, Steinboden will ich eigentlich nicht. Holzboden? Ich habe kein Holz dabei. Na gut. Warte, geht irgendwie. Warte mal, geht es da vielleicht? Warte kurz. Ja, ja. Ja, ja. Ja, oder so. Das hatte ich ja auch überlegt. Ich frage jetzt nur, wie kommt die toll? Ich dachte, ich wollte erst. Ja. Ja. Na komm, mach. Ja, warte, warte, warte. Na komm, mach. Warte. Warte mal, warte mal, bevor du rennst. Warte noch. So, jetzt hast du mehr Fläche. Oh, nee, jetzt. Oh, Alter. Jetzt muss ich halt so springen, dass es hier. Dass du nicht an deiner hängen bleibst. An der Leiter, ja, genau. Ein bisschen Stock. Jetzt geht es hier einmal lang und bei dir einmal lang. Okay. Oder geht es bei dir überhaupt lang? Ja. Was ist die Sache? Wohin? Es geht wieder zurück. Und da haben wir halt nur noch Salz. Unter uns geht es zurück. Aber hier oben? Hier ist Harz, oder? Ja. Ist auch wieder nur Wand. Das Ding. Nee. Aber den hier. Aber den Ding einen Scheißhaufen zerschlagen. Ja. Nee, ich geh da auch so rum. Aber wo ist sie? Ich wollte dich sagen, wo bleibst du? Na, fuck. Wo bleibst du? War das hier unten? Der Gang? Da hinten unten. Da unten ist er, ja? Wo ist dein Kopf gerade? Ich will nicht drüber reden. Okay. Das funktioniert nicht. Das ist ja krass. Das geht bis fast, das geht bis ganz nach unten. Ja. Aber wir waren da schon im Gang, oder? Hast du hier nicht schon angefangen? Ja. Ich lass dich mal vor, falls da wieder Nebel ist. Danke. Da haben wir ein bisschen Wasser. Giftpilz. Ach, leck mich doch. Ja, danke. Nein. Nein, ich bin komplett vergiftet. Dann ist da auch wieder Nebel. Dann gehen wir hier hoch. Hier hinten bei mir. Kommen wir zu mir. Wo bist du? Also nicht da, ja hier. Jetzt links abbiegen. Ach, da. Da hinten. Dann können wir hier hochklettern. Da hinten, unten ging es auch noch weiter. Ah, vermutlich ging es da nur rum. So, dann. Das ist ein Secret Goodie. So knapp kurz vor dem Tod am Leben geblieben. Ja. Aber meine Rüstung ist halt komplett... Da vorne ist eine Statute. Oh. Hast du Stein? Ja. Bergkartoffel. Oh, wir könnten Stampfkartoffeln machen. Was? Wie cool ist das denn? Lecker, lecker. Komm, erst mal die Spinnen. Die wollen auch, ne? Was? Oh, ich komme. Da sind zwei Statuen. Ja, aber ich habe nicht genug Stein. Ich mache erst mal die hier. Mir fehlen noch zwölf Stein. Mir fehlen hier 15. Billigost-Kettenpanzer. Billigost-Kettenpanzer. Kettenpanzer. Manchmal da hinten kurz. Aber hier gibt es nicht... Gibt es hier nochmal einen Stein? Bist du normaler Stein eigentlich? Zweimal Kupfererz. Ich baue das mal ab. Ne, hier beim Silbererz kriege ich auch noch O-Nix raus und Irath-Granit. Und noch Irath-Granit. Aber hier diese groben Steine. Hier die... Die geben ein bisschen was. Die Rückwand dann immer, ja. Wenn du dich durchgebuddelt hast. Stein. Jetzt haben wir elf. Und Arrizit. Noch ein Stein. Aber warte mal. Ist hier nicht irgendwo noch eine größere Wand zum Durchbuddeln? Kannst du das mal mitnehmen? Stein und Zinnerz. Dann müssen wir halt die Nummer machen. Ich mache gerade dasselbe wie du, denke ich mal. Oh Gott. Jetzt noch fünf Stück. Wir brauchen 15 noch für die andere Statue. Ich habe schon 15. Ich brauche nur noch vier Steine. Oh, hast du noch welches? Ich habe... Warte mal. Ich habe acht Steine. Okay, ich brauche nur noch drei. Ich bringe sie dir mal. Ja. Moment. Bitteschön. So. Schauen wir mal. Oh, zwei von drei. Da liegt ganz ernst auf dem Boden. Das wäre mega cool. Weißt du, ein ganz normaler Mensch läuft hier bestimmt lang und wir klettern hier hoch. Ja. Salz. Hier ist noch eine Statue. Boah, ich brauche jetzt einfach nur so ein Durchgangsgedöns, ne? Kommt bestimmt gleich. Die Karte endet doch da, oder? Ja, aber hier ist das noch eine Statue gewesen. Oh, wir sind nur noch 74 Meter bis zum Pilgerweg, ne? Aber ich würde die Statue hinten noch mitnehmen wollen. Das hat erstmal... Prio in der Hoffnung, dass wir die Abos noch bekommen. Das wäre gut. Ich brauche noch 14 Steine. Noch 12. Hier liegen zwei Steine auf dem Boden. Kannst du nicht aufheben? Ne, ich bin voll. Leider, leider. Warte, warte, warte. Wo, 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 wo? Da? Da jetzt. Genau. Das ist Kupfer. Stein. Oh, diese Pilze. Diese verkackten Huren-Arschloch-Pilze. Meine Fresse, ist das eine Kacke hier. Ah, das dauert jetzt, ne? 12. Noch 8 Stück. Stein auf Stein. 13. So, noch 5. Und Ausdauer. Ist im Heimat. So, auf geht's. 4 Stück noch, dann können wir die Statue reparieren. Das heißt, auf jeder Reise, wenn wir nächste Woche weitermachen, müssen wir Steine mitnehmen. Mindestens... 2 Stacks. So, aber gleich haben wir's, ja, ne? Da hab ich mal noch. So, Mainzen. Einer noch, gleich haben wir's. Sehr schön. Okay, let's go. Bitte, bitte, bitte. Ja, Ost. Oh, Belegost, Stiefel, Alter. Spiel. Okay, dann lass mal hier durchgehen, dass wir zumindest schon mal den... ...weg fertig erkundet haben. Jetzt geh doch da hoch, Zwerg. Danke. Hier ist ein Kartenstein. We got Orcs. Link ist Schichtstein. Pilgerweg Markierung 3. Wir haben hier Orcs. Was haben wir da oben? Wir haben da rechts ein Orc-Lager und hier oben ist unser Ziel. Ähm, die Orcs greifen an. Sehr gut, schon. Folgen Pilgerweg. Oh, nee. Das ist ein Schalter. Bauen Sie die Kanalisation wieder auf, um sie zu öffnen. Oh, nee. Oh, das war mit dem Viech vorbei, ne? Fuck. Aber es ist die Sache, wie wir das platt kriegen auch, ne? Scheiße. Mit der Armbrust. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgendwo so eine fucking Statue finden, ne? Ich glaube, wir müssen dann echt nochmal zurück in dieses... Oder meinst du, hier wäre einer? Klopft, klopft, Leute. Knock, knock. Ich habe halt kaum Leben, ne? Bleib du mal zurück, falls ich draufgehe. Lock den mal raus. Ich habe aufgeladen. Aber die kommen auch von hinten, ne? Die kommen von allen Seiten. Boah, Alter, das sind sauviele. Da klopfen wir die Treppe. Ja, natürlich hat er mich... Ja. Ist es down? Ja, leider. Hier oben ist nur ein einziger Bogenschütze, wo ich bin. Wir sind halt verdammt viele Beide da unten, ne? Ja, ja. Ich renne mal zurück, vielleicht... Ich kann dir sagen, wenn sie zurück zu ihrem Dörfchen laufen. Ja, einer bewegt sich schon mal in diese Richtung. Ja, aber die budden sich ja raus. Jetzt laufen sie zurück. Ja. Die ganze Meute bewegt sich gerade zurück zu ihrem Dörfchen. Okay. Wart noch ein bisschen, weil manche sind da noch. Vielleicht habe ich einen vor mir. Du wirst auch angefeuert bei mir im Chat. Go, Nalef, go! Schreib Feuer, Mann. Komm runter, Jungs. Das ist noch einer von hinten. Die kommen immer wieder, die Arschkrieche. Nee, die sind gerade irgendwie am Rumbacken. Klingt, als hätte da einer Fettmagen da. Ja, gefühlt. Er soll ja gerade auch wieder rumgehen, ne? Hä, wieso verlieren die da hinten Leben? Da verlieren welche bei ihrem Haus Leben. Okay, ich komme hoch und rette dich. Da ist einfach einer hinter dir aus dem Himmel gefallen. Ja, ja, das machen die. So, einmal hier auf die Backen. Ja, ja. Komm, steh auf. Auf, let's fucking go. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Steh doch auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Das war voll daneben, Alter. Was ist denn los hier? Was hat er gesagt? Oh, der war gut. Der war, der war wichtig. Richtig und richtig. Oh, let's. Der war daneben. Und. Oh, wieso? Guck mal, da hinten verlieren sie Leben, ne? Als würden sie da unten gerade sperren. Schau. Ich sehe die Gehrein. Mitten drin die Ziege. Die bekämpfen sich über Gegenwart. Was ist denn die? Ich weiß es nicht. Schau mich. Was ist denn der Akte? Also machen wir jetzt erstmal einen Termin beim Lokopäden bitte auch. Das ist erstmal Sprechstunden-Termin. Ich wollte eigentlich den anderen anvisieren. Ich wollte nur noch Giftfilter da fallen, dann. Komm her. Jawohl. Mitten drin die Ziege. Die geben auch gerade Matthias schon Piss, ne? Das haben wir es gleich. Knochen, Alter. Es geht zu zweit aus zwei verschiedenen Richtungen im Hangar. Und dann wählt er immer den falschen mit seinem Auto. Wer ist da? Ja, aus. Beide Blatt, oder? Okay, was haben wir da drin? Warum? Was ist da? Da sind aber noch welche. Was sind das Ziegen? Na, da hat noch einer uns gehört, du. Hier hinten ist noch einer, bei mir. Ah, bei mir ist der Eingang. Hast du ein Eingang? Ja, genau. Ja, natürlich hat er mich getroffen. Wo ist er? Die Nacht bricht er rein. Er hat mich schon wieder geschlagen. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Okay, das ist da auch. Aber über mir auf der Mauer steht ein Bogenschütze. Auf der Mauer, auf der Lauer. Das war daneben, steht ein kleiner Schwanze. Okay, das ist down. So, ich greife dir jetzt mal zwischen die Backen. Links ist einer, direkt an der Mauer. Ja, ja. Visiert er dich nicht an? Was hast du eigentlich für Glück? Ich habe den Ork-Ork-Ork-Schlüssel dabei. Ich brauche eine bessere Wehme für das. Oh, der willst du mich jetzt verarschen, Leute. Nein, das ist doch alles. Das ist so wie er sagt. Ich dachte, wir gucken da jetzt noch ganz ganz spannend rein, nachdem wir die alle geklatscht haben. Ja, ja, ja. Glaubst du das selber nicht? Ja. Wow. Okay, ja. Aber die haben hoffentlich keine Gift-Waffen. Oh, Leute. Ja, die sind ja easy. Ja, ja, ja. Die noch. Die droppen Silber-Barren. Wir brauchen fünf Eisen-Barren, um die Reparatur-Station zu machen. Ja, aber die haben gerade nur Silber-Waffen, die Lutscher. Mit Amethysten, so eine Scheiße. Aber das sind dreckige One-Hits. Jetzt haben sie auch Gift-Waffen. Zumindest ist bei mir einer mit Gift-Waffe. Ja, aber die dickeren. Diese gläulicheren. Also grau-weiß. Die grünen. Die grünen gehen ja mit einem Schlag. Die grünen gehen ja mit einem Schlag. One-Hits, ja. Aber wir haben jetzt gefühlt auch noch... Alter. Viele von den anderen. Aber ich glaube, wir müssen nur genug von den Irren umhauen, da verpissen die sich, ne? War hinter uns oder seine... Oh Gott. Oh, was ein Grätzel, Alter. Na, mich hat ein Pfeilerwisch. Den hat ein Pfeilerwisch. Den hat ein Pfeilerwisch. Den hat... Den hat ein Pfeilerwisch. Leute, ihr trefft nah alles nicht oder? Wir stecken so viele Pfeile im... Oh, Schild ist kaputt. Eben hab ich's doch gesagt. Ich block die ganze Zeit. Oh Gott. Ich würde sagen, wir laufen hin, holen unseren Scheiß und... machen Feierabend, ne? Die Frage ist... Oh, du spawnst mit den Pfeilen in deinem... Ding. Das ist schön. Mit deinem Ding vor allem, ne? Ist das die Sache... Problem ist, es ist dunkel. 150 Meter. Und wie sind wir da hingekommen? Hast du mal eine Fackel oder sowas? Will ich auch was aus Holz? Können wir was zerschlagen? Oh Gott. Holzstücke. So. Moment, ich mach die Fackel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf C. So. Herstellen. Ist da gesagt, was passiert, wenn wir uns aus- und einloggen? Ob wir dann unser Zeug hier irgendwo liegen haben? Aber wir müssen doch... Hier unten... Wir sind ja da hinten die Leiter runter. Und dann... Hier durch. Okay, zwei Minuten. Ist doch nicht so weit. Okay, gut. Solange jetzt keine Spinnen kommen. Psst. Das war die Frage. Das war eine Meter, aber ich stand gerade eben noch. Jetzt sind es immer noch 150. Oha, da war es da hoch, genau. Gut, dann schauen wir mal. Also, wir müssen dann schauen, dass wir diese letztes Upgrade für die Armbrust bekommen. Dass wir Perkefleisch mal machen. Vielleicht gibt uns das irgendwie so ein besonderer Lebensschub oder sowas. Ja. Das heißt, wir müssten dann theoretisch in der nächsten Folge, in der nächsten Stream, jetzt aufs Farben konzentrieren, ne? Ich hol jetzt mal einen Scheiß, ne? Da sind so viele. Oh, die sind so wieder, Alter. Ich geh und hol mein Zeug. Ich renn durch. Let's fucking go. Du aufs auch Back. Ja, ja, ja. Backstreet's Backhammer. So, ich hab's. Und... Hast du dein Zeug? Ich hab meins. Er weg. Let's go. Oh mein Gott, guck nach hinten. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Ich krieg da eigentlich nichts. Ja, jetzt kommt doch mal. Ich spiel Waffe. Run, run, run. Ja, ja, die lassen ab. Okay, oh Gott, im Himmel. Ja, und jetzt kommen die Fledermäuse. Ich freu mich sehr. Mein Hammer ist vielleicht kaputt. Ich hab keine andere Nahkampfwaffe dabei. Ich auch nicht. Okay. Ich glaub, noch einen Schlag kann ich mit dem Hammer machen. Danach ist er nicht mehr benutzbar. Ist alles hinnehmbar. Uff, uff, uff. Okay. Was hast du gesagt? Wir haben noch nicht mal die Hälfte Spiels erreicht. Wir sind erst mal bei einem Viertel oder so. Also wie gesagt, laut diesen Kartensteinen haben wir noch zwei Gebiete vor uns. Okay. Die wir noch nicht betreten haben. Was ist das hier eigentlich? Ah, und das da drum? Ah. So, ihr hat es gar nicht. Sieht nur sehr dunkel aus. Wo ging es jetzt eigentlich wieder hoch? Tagebuchseite eines Waldläufers. Vielleicht kann man die noch da einpflegen. Ja, aber erst mal so hoch finden. Dann gehst du wieder hoch. Ah, doch hier. Ah, Gift. Bist ein Pilzfreund, ne? Was ist das? So, Moment. Dann war es ja hier. Geh mal zu den Betten zurück, oder? Ja. Du stinkst. Warst du mir hier eben runtergeklettert? Ja. Ja, also. Nee. Wenn du zu den Betten zurück möchtest, kannst du hier, und dann gehst du hier, und dann gehst du hier runter, und dann bist du beim Bett. Tagebuchseite eines Waldläufers. Jetzt noch zwei. Also finden wir die doppelt. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, soll es das auch für heute gewesen sein. Mhm. Bisschen Progress gemacht, finde ich super, einiges erkundet, und wir müssen uns überlegen, wie wir dieses komische Monster da platt kriegen. Wir haben aber dann, wenn du jetzt die Markierung anguckst, wie dieser Kraken ist, da geht es hier rechts nochmal einen Gang rein, so einen schmalen. Ja? Ja, ist richtig. Das ist richtig. Und wir haben ja noch in der Mitte diese drei Gänge. Vielleicht müssen wir dahin nochmal starten. Wir haben auch hier direkt den Gang, wo wir nicht durchkommen, weil da Nebel ist. Ja. Okay, wir müssen einfach mal schauen. Ja. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich für die schöne Zusammenarbeit mit dir auch heute wieder. Das war wundervoll. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr alle auch beim nächsten Mal wieder mit dabei werdet. Ich beziehungsweise wir bedanken uns für den Support auch heute wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin halt.